Jetzt wird es einfacher. Das dritte Prinzip der Neurografik heißt, das Problem ist ein Erzeugnis des Verstandes. Das Problem ist immer ein Erzeugnis des Verstandes. Das heißt, wenn wir hier nicht weiterkommen, dann haben wir meistens so eine Sackgasse im Kopf. Und das, was wir in der Neurografik tun, ist ganz einfach. Wir verlassen die Zone des Verstandes und gehen auf die Fläche. Und nehmen einen Stift in die Hand und beginnen, die Lösung jenseits dieser Welt der Sprache zu suchen und zu finden. Und letztlich, wir bewegen uns in einer anderen Sprache, aber das ist eine Sprache, die ist nicht die Sprache des Verstandes, das ist nicht der Logos. Wir erleben gewissermaßen eine neue Realität, während wir zeichnen. Während wir zeichnen, begeben wir uns in eine andere Realität und diese Realität, die ermöglicht es uns, neue Wege zu finden und neue Verknüpfungen herzustellen und hier weiterzukommen. Das ist das. Die Probleme sind immer ein Erzeugnis des Verstandes. Deswegen suchen wir die Lösung nicht innerhalb des Verstandes durch Nachdenken, sondern wir zeichnen und bringen dadurch etwas in Fluss. Also, das ist das Prinzip Nummer 3.